Die Rallye, die Rallye, beginnt zu sterben. Vorsicht! Bitte! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh, Lord, if you hear me, I can't open you. Okay! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Komm raus! Schnell! Komm her, du Mist! Lass mich los, du Blätter-Sack! Tschau! Ah! Scheiß dir! Geh! Verdammt noch mal! Was ist bloß los mit denen? Warte durch! Los gehen wir! Okay. Achtung! Bleib unten! Wie? Verdammt noch mal. Oh, Scheisse. Die Distanz starten. No! 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 Es ist nicht lieben! Hey! Wer ist da? Oh! Oh! Shit! Ach! Hey hit z ni,海! Ach! Ach! Oh, Mist! Hey, Feigling! Hey, Feigling! Joel, da! Gut aufgepasst. Okay, ich glaube, das war der Letzte. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Gut. Sehen wir zu, dass wir wegkommen. Du weißt, wie es läuft. Sieh dich um und such nach was Nützlichem. Ach, Zubefehl. Okay. 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 Ja. Ich bin ein. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, jetzt versuch es, mir irgendwas aufzuheben. Ähm, hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Gut. Okay, los! Okay, es geht schon. Es geht schon. Duh. Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Mann. Es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und, äh, bringen zu viele Unschuldige um? Nein. Das heißt dann wohl ja. Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schließen. Okay. 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 Was haben wir denn? Das wird uns helfen. Oh, ich glaube nicht, dass die infiziert waren. Mir egal. Wir müssen weiter. Hey, Ellie. Langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Und da nicht so laut. Okay. Oh, ich pfeife. Oh, gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich lege das später. Was war hier los? Waren das Jäger? Was war das? Ich weiß nicht. Ellie, Deckung. Wo hast du denn schießen? Ellie, runter! Joel, da! Dankeschön. Du hast bei einem ganzen Schwarm nichts getroffen. Ich treff dich gleich. Oh, du bist ja echt sauer. Wenn du Nachhilfe brauchst, helf ich dir gerne damit. Nein, Mann! That's it. Du bist brennender Arschloch! Du bist brennender Arschloch! Hey mister! Hände weg von ihm! Du bist brennender Arschloch! Du bist brennender Arschloch! Du bist brennend! Du bist brennender Arschloch! 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 zur brücke ist es noch weit wir schaffen das ein kontrollpunkt ohne soldaten so sehen die meisten zonen aus der ort wurde schon vor langer zeit verlassen ja ich auch sei einfach leise solange wir noch hier sind okay neuer anführer der gleiche scheiß naja er sagt jetzt wo genug leute auf die ausgänge aufpassen können wir uns ausweiten und was genau wird uns das bringen ich weiß nicht vielleicht finden wir treibstoff für die generatoren ich will einen alten projektor reparieren filme anschauen oder so das wird nie passieren ich hab das expansions geschwätz schon oft gehört und wenn wir es versuchen werden verdammt viele von uns getötet ach wer weiß vielleicht läuft es anders oh verdammt dort rechts wo ist die tüte ja 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 Er hat eine Waffe! Oh, fein! Ich denke, ich bin hier raus!